halli hallo leute wir sind wieder bei minecraft da hat sich schon wieder ein enderman teleportiert ja nicht okay ich muss mich nicht sehr viel erinnern da ist der creeper einfach also ich glaube wir machen das wie das letzte mal wo ich hier angefangen habe hier die wand einzureißen hier kommen wir besser raus und dann gucken wir mal ich habe es immer nicht vergessen dass da irgendwo einer rumtapst nein das war ein bisschen oft gedrückt noch mal zu leider hat in der hand hier kein problem mit der sonne faktor ist auch noch einer so geht das man muss einfach nur weit genug weg gehen nein oh gott ja die aber okay es hätte es jetzt schlimmer sein können wir waren nicht nah genug am haus ist da noch irgendwo einer euch irgendwas cooles eingesammelt durch ihn keine ahnung ja wir haben jetzt das letzte paar mal ein bisschen tierchen eingesammelt eine schöne landschaft ein paar blöcke haben wir wenigstens so machen wir hier wenigstens ein bisschen zu nein das ist keine andere ja sonst die das so das kann ich nicht haben wenn das so mega zerlöchert aussieht das ist okay sieht fast so aus wie vorher so jetzt gucken wir mal das eine hühnchen hätte ich noch gern ich weiß man kann auch über die eier die irgendwie kriegen wo das noch einer verdammt naja komm jetzt ist auch schon wurscht so immer schön schnell weg ich hätte das war nicht stehen bleiben dürfen weiter wie viel hätten der aus so erfolgreich den ersten creeper geschnetzelt geschnetzelt so wir haben doch letztens hier irgendwo ein hühnchen gehört und nun aber ein wuffel a guck mal da ist das hühnchen komm mal her komm doch her ja guck mal ich habe was für dich komm 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 ich habe sogar ein freund für dich so komm 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 nein nicht 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 da war ich ein bisschen zu zu schnell hey komm so na komm 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 da unten ist der wuffel okay den holen wir uns auch noch haben wir für den auch noch ein gehege also aktuell sperre ich die nun die tiere ein sehr gut moment wo hatten wir die hühner die hühner hatten wir da unten auch irgendwo naja ja ich schweine hätte ich auch noch gern wobei ich weiß gar nicht ich bringe schweine im material ich glaube dass ich es umgekloppt habe war es nur ein was nun schnitzel na komm her komm komm rein ja komm hier gibt mir ein kleines ja sehr schön das hat ja schon mal funktioniert ich denke mal hühner geben uns feder wir vielleicht schon korn das könnte doch schon ein nein das war wohl kein ausgewachsenes sehr gut ich glaube wir pflanzen jetzt einfach mal wir haben jetzt auch schon wieder ein paar war ich so ungeduldig schande schande aber eins nützt mir jetzt nichts aber immerhin hier der erste sieg gegen ein creeper wir sind so gut so das hündchen ich habe doch noch zumindest so ein zombie fleisch oder alter das sieht aus machen wir mal hier den hunde zwinger hin ich brauche aber noch eine tür ich brauche aber noch eine tür ach ja fast schon ähm das ist nicht eine tür ihr wisst schon so ein ein gatter hä hatte ich nicht wenigstens noch holz habe ich alles verbraucht schon das sieht man zäune hätte ich sogar noch gehabt hm na gut müssen wir noch ein bäumchen fällen ein bäumchen da haben wir anscheinend nicht nicht sauber gefällt weil es nicht weggegangen ist können wir auch mal wieder nach pflanzen dann so naja wir brauchen ja nicht viel so lauf 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 hey ich habe die rente das erste mal getroffen und ich habe es natürlich nicht geändert wie ich es wollte äh wir brauchen erstmal genau naja so und dann brauchen wir steckels ich glaube reicht sogar schon ja sehr gut nein ich will nur eins ah passt erstmal so einfach zu machen ja gut ich bin auch ein dämpfer wir haben doch hier wir haben hier fleisch ich weiß nicht ob das vergammelte fleisch auch geht probieren wir gleich mal aus vielleicht fressen die das ja sogar äh ja genau sehr gut hast du fein gemacht so jetzt aber ja ich habe ja versprochen das wird dass wir mal ein bisschen mehr schaffen leider ist es bloß einer komm schau mal was ich hab mhm der sieht süß aus leider kann mich nicht streicheln komm 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 ja fein komm 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 okay der lässt sich wohl nicht so leicht überzeugen ach komm dann kriegst du es reicht das ich habe hier noch Steak guck mal weißt du das ne ist nur ich sehr gut okay wir müssen mit mehr zombies jagen für das zombie fleisch wahrscheinlich ist der bloß rohes fleisch wäre jetzt mal so meine vermutung okay mal wieder ein sinnloses ding hier irgendwo hingebaut naja können wir erstmal so lassen aber das ist das zumindest gefällt mir das jetzt nicht dass das hier so angrenzend ist das holzen wir mal schnell das noch mal naja alles so machen wir so eine knick rein dann sieht es nicht ganz so schlimm aus naja gut dem geht es ja gut ja wir haben jetzt schon mal ein paar wichtige sachen das ist auch reif oder ja sehr gut da kann man kann man kubi gezüchten das da auch ne ja ja muss man überlegen was man da macht ich hätte ja gerne so an dem haus so einen kleinen gemüse garten oder so A6 bevor ich es jetzt vergesse schere dafür habe ich die ja du nakidai yeah neue rezepte kann ich jetzt heavy rated pressure plate nein das ist bestimmt nicht das iron okay ja ich weiß dass ich das das fritte zitte dass reduzierte ähm angebot habe weil so ich will eine baby kuh sehen ach wie süß moment wo kann man die ja hier ach bevor ich es vergesse Wir sind übrigens mittlerweile in 1.193er-Version in Java. Ja, hallo. Und ihr seid die Hühner. Aber euch interessiert es nicht, weil ich kein Weizen in der Hand habe, oder? Hallo. Jeder hat Nachwuchs. Wie sind das eigentlich mit den Eiern? Wenn ich die irgendwo hinpresche... Kommt da auch mal irgendein Kücken raus? Nee. Das war höchst verschwenderisch. Aber sag mal, habt ihr hier wieder Bock? Ich hätte hier wieder was zu fressi, fressi. Ah ja, sehr gut. Ja, für euch Hühner... Für euch Hühner, ich sag schon, für euch Kühe habe ich leider noch nichts. So, also zumindest können wir uns jetzt dann Brathandl machen. Aber die müssen auch erst mal wachsen. Na gut. Ja, ein Dorf wäre noch schön. Ich habe nicht vergessen, dass da hinten irgendwas geleuchtet ist in der Nacht. Ach, guck mal, da wäre noch eins. Machen wir uns jetzt ein Brathändchen? Tja, Pech gehabt. Du bist leider ein Wildlebendes. Ah, nicht weglaufen. So. Ja, sehr gut. Neue Rezepte. Das braucht die Welt. So, gehen wir mal rein. Oh Gott. Da ist immer noch das Loch. Ja gut. Wer soll es auch weggemacht haben? Aha, Federn. Das heißt, wir können jetzt bestimmt... So. Gut. Aber ich sehe schon, mehr Übersicht wäre ganz gut. Vielleicht zumindest so einen kleinen Aussichtsturm hier oben noch drauf bauen. Ich sehe schon. So, ähm... Wie war das hier rein? So, schauen wir mal, was wir alles haben. Ein Schild. Ein Schild wäre doch nicht schlecht. Was braucht man da? Ja, ein Eisenteil. Ah, ich sehe, wir können uns so langsam ausrüsten. Hier haben wir ein... Ein leichtes graues Bett. Ja. Und ein... 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 Äh, was ist das? Ein... Na, sag's. Ein Teppich. Ein Kalow drin. Was ist ein Kalow drin? Ach, das ist doch so ein Wasserding. Wir können Minecraft herstellen. Mittlerweile hat sie schon ein Painting. Was brauchen wir da? Einfach nur Wolle? Oh, das machen wir jetzt kaum. Hier, die Bude muss ja ein bisschen Stil kriegen. So. Wenigstens das noch. So. Guck mal hier. Oh. Das finde ich ja nicht so gut. Wie kann man denn das einschränken? Wird das immer so ein Riesenbild? Nee, nicht immer. Nein. Das ist nicht sehr... Hm. Eigentlich ist es ein cooles Bild. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach da die Fackeln. Genau. Wir machen alle Fackeln weg. Dann ist es hier richtig... Nein. Ich brauche keine Fackeln. Ich habe mehr als genug Fackeln. Hängen wir die mal jetzt da hin. So. Ja. Gar nicht posig, aber passt. So. Und den tun wir einfach. Hier wenigstens so vor das Bett. Das ist doch ein bisschen gemütlicher. Ja. Ja, cool. Ja, das ist schon ein bisschen besser jetzt. Da können wir uns zumindest hinsetzen. Unser Bild anstarren. Das Karate irgendwas. Karate-Kit. Mein... So. Und es ist ja auch wieder dunkel. Ich würde sagen, da läuft ein Schwein. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit unserem schön eingerichteten Haus. Ich frage mich aber, wie man das hier begrenzt. Das ist ja... Es gab früher Bilder auch schon. Können wir den noch hinlegen? Weißt du was? Den tun wir hier alles. Das ist doch cool. Hier so alles. Abstreifding. So. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Und wenn euch dieses Bild super gut gefällt. Daumen hoch. Und ein Abo dalassen. Ist bestimmt ein NFT. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Bye.